Bevor wir inhaltlich mit dem Video starten, leider wieder einmal eine kurze Anmerkung und zwar ich kann hier leider nicht genau das sagen, was ich gerne sagen würde und es gibt einige Begriffe, die ich umschreiben muss. Das ist leider so und man läuft immer häufiger Gefahr, dass man entfernt wird, daher ziemlich viele Umschreibungen. Wer das nicht möchte, kann gerne auf Telegram vorbeischauen, da ist das Ganze noch nicht so eng und da kann man die Dinge noch relativ frei heraussagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hängt das C-Thema schon wirklich beim Hals heraus und es wird den meisten da draußen vermutlich allen genau gleich gehen. Die einzigen, die das Thema noch wirklich interessiert und die Feuer und Flamme sind, das sind die Fanatiker in der Regierung. Aber sonst mag niemand mehr etwas davon hören. Und dann gab es jetzt immer die Diskussion und die Frage, wie wird es im Herbst aussehen, werden wir genau gleich weitermachen wie in den letzten zwei Jahren, obwohl wir schon herausgefunden haben, dass das nicht so klug war oder läuft alles ganz anders und wir haben tatsächlich unser normales Leben zurück. Wie auch immer, jetzt scheint es eine neue Bedrohung zu geben und die Medien machen natürlich wieder ordentlich Wind. Und zwar geht es um die Affenpocken und ich möchte vorweg sagen, normalerweise wäre mir das nicht einmal ein Video wert, aber ich sehe leider hier gewisse Muster, die sehr sehr ähnlich sind mit dem, was vor über zwei Jahren passiert ist. Im Jänner 2020 hat das auch so ähnlich begonnen. Das heißt natürlich nicht, dass das so in die gleiche Richtung geht, aber nach den letzten zwei Jahren sollten wir vielleicht etwas sensibler sein, wenn da schon das nächste wieder anrollt. Das heißt, das kann natürlich einfach so eine Kleinigkeit bleiben, die jetzt halt medial ein bisschen aufgebauscht wird. Oder es geht in eine andere Richtung, in eine andere Richtung, die wir alle nicht mehr haben wollen, nämlich in die Richtung der letzten zwei Jahre. Und ich sehe eindeutige Parallelen. Das muss natürlich wie immer nichts heißen. Wie gesagt, ich unterstelle ja gar nichts und im Endeffekt sage ich auch gar nichts aus. Aber so ein gewisses Déjà-vu habe ich schon gerade, denn der Ursprung ist wieder einmal weit entfernt von den westlichen Ländern. Der soll nämlich in Afrika gewesen sein. Und jetzt gibt es eben vereinzelte Fälle bereits in Europa, auch in Australien ist das bereits gemeldet worden. Und die Gefährlichkeit wird eingeschätzt auf meistens milde Verläufe, aber es gäbe auch schwere Verläufe, Langzeitfolgen und Todesfolgen. Muss ich da noch viel dazu sagen? Vermutlich nicht. Und wenn ich dann lese, dass viele Medien bereits darüber berichten, wie lange man infektiös ist und wie lange man sich dann in Isolation begeben sollte, wie gesagt, bekomme ich auch dort wieder ein Déjà-vu. Und das Kontakttracing soll gerade bei uns in Österreich bei diesen Fällen wieder angekurbelt werden. Na, da bin ich gespannt, wie das in Zukunft alles aussehen wird. Und natürlich begrüße ich es, wenn man Problemstellungen dieser Natur angeht und wenn man da schon früh einschreiten kann und somit etwas Größeres verhindern kann. Aber wir müssen das ganz, 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 ganz genau beobachten, dass das nicht wieder solche Auswüchse annimmt, wie in den letzten zwei Jahren. Das ist zumindest meine Meinung. Wie gesagt, ich unterstelle gar nichts. Ich sehe nur gewisse Parallelen und ich habe ein wenig ein Déjà-vu. Und wenn die Medien dermaßen aggressiv darüber berichten, wie sie es seit ein paar Tagen tun, dann sollte man die Ohren spitzen und die Augen aufmachen und das sich ganz genau ansehen, um eine Wiederholung der letzten zwei Jahre in irgendeiner Art und Weise zu verhindern. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie schätzt ihr das ein? Gerade in Social Media gibt es natürlich einige, die hier wieder die Angsttrommel trommeln. Daher denkt ihr, das bleibt eine kleine Randerwähnung in unserer Gesundheitsgeschichte oder könnte das auch wieder in eine gewisse Art und Weise eine größere Sache werden? Lasst es mich wissen und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Das ist es nicht so, dass wir uns spätestens beim nächsten Mal wiederholen.